Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Canva-Tutorial zeige ich dir, wie du mit Canva einen kostenlosen Linktree, also so einen Linkbaum, für Instagram oder TikTok erstellst. Das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wieder Montag und heute habe ich mal wieder ein Canva-Tutorial für dich. Und nein, ich habe mich nicht am Anfang versprochen. Es geht wirklich darum, dass wir mit Canva eine solche Landingpage erstellen können, die dann einen eigenen Link hat, den wir zum Beispiel bei Instagram oder bei TikTok im Profil platzieren können. Und somit haben wir dann einen eigenen Linkbaum erstellt, im ganz persönlichen eigenen Design und können uns all die Tools dafür ganz einfach sparen. Das ist super, gerade für kleinere Accounts, die vielleicht erstmal so ein bisschen was ausprobieren wollen, die auch erstmal schauen wollen, ob so eine Landingpage mit solchen Links überhaupt sinnvoll ist, wie das eigentlich am besten funktioniert. Und das ist gerade mit Canva auch sehr, sehr schnell und einfach erstellt. Ich führe dich da heute durch. Ich nehme dich mit und zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Wenn du neu bei Canva bist, dann brauchst du zuallererst ein Login. Das heißt, du musst dich unter dieser Adresse hier einmal mit deiner E-Mail-Adresse anmelden, damit du dann Zugang zu dieser Web-Anwendung hast. Und du kannst Canva sowohl an deinem Computer oder MacBook als auch an deinem Smartphone nutzen. Das ist der große Vorteil. Und so kannst du Inhalte zum Beispiel für Social Media an deinem Laptop erstellen und dann an deinem Smartphone auf das gleiche Projekt zugreifen, das an deinem Smartphone speichern und auch direkt posten. Das Video ist übrigens nicht gesponsert. Ich bekomme dafür kein Geld von Canva. Und damit, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich starte hier einmal Canva und teile meinen Bildschirm mit dir und wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Und hier oben haben wir jetzt die Option Design erstellen. Da wählen wir einmal Webseite aus und landen dann an der Stelle hier. Wenn wir jetzt hier Bio-Link eingeben, dann finden wir schon ganz, ganz viele Designs und Vorlagen, die wir für diese Link in Bio-Seite nutzen können. Ich nehme jetzt mal dieses Design hier und packe es hier in meine Webseite rein. Hier kann ich jetzt alle möglichen Dinge anpassen. Ich kann die einzelnen Textbausteine anpassen. Ich kann das Bild verändern. Und der ganz spannende Part sind eigentlich die Links, die ich hier einfügen möchte. Das kann ich an der Stelle hier tun. Hier kann ich jetzt zuerst eingeben, wo der Link hinführen soll. Zum Beispiel zu meiner Webseite oder zu meinem YouTube-Kanal oder ich habe vielleicht ein Produkt. So muss ich zuallererst die einzelnen Links als Textbausteine hier eingeben. Und wenn ich jetzt das Wort Webseite mit meiner eigenen Webseite verknüpfen möchte, dann muss ich hier einmal draufklicken, finde hier oben die drei Punkte. Und dort gibt es jetzt die Auswahl Link. Darüber lande ich an der Stelle hier. Und hier gebe ich jetzt oben den Link zu meiner Webseite ein. In dem Fall ist das www.feliciasimon.de. Bestätige das Ganze. Und jetzt wird dieser Textbaustein zum Link. Jetzt verändert sich auch hier oben mein Menü. Jetzt habe ich hier die Auswahl Link. Daneben habe ich die Option Link in neuem Reiter öffnen. Daneben habe ich die Option Kopie erstellen. Kann das Ganze wieder löschen und finde hier drüber noch weitere Einstellungen. Ich würde dir empfehlen, an der Stelle immer einmal über dieses Icon hier zu checken, ob sich der Link wirklich öffnen lässt, ob du wirklich den richtigen Link eingegeben hast. Da hat man schnell mal irgendwie einen Tippfehler eingebaut und dann funktioniert am Ende der ganze Linktree nicht. In diesem Design hast du jetzt hier unten noch Social Media Icons. Auch die einzelnen Icons kannst du hier verlinken. Dazu klicke ich einmal hier unten drauf, sage Gruppierung aufheben. Und jetzt kann ich die einzelnen Icons anklicken, habe hier die drei Punkte und kann jetzt auch hier einen Link hinzufügen. Dazu öffne ich einfach meinen Instagram-Kanal im Browser und füge den dann hier unten ein. Das Ganze einmal mit Enter bestätigen und dann ist auch das Icon hier zum Link geworden. Den ganzen Rest müssen wir jetzt natürlich noch anpassen an unser eigenes Design. Also in dem Fall würde ich zum Beispiel den Hintergrund hier ändern, würde das Bild ändern, würde einen anderen Text hier oben eingeben und auch den About-Me-Text ändern. Und wenn du das alles so angepasst hast, wie du es haben möchtest, dann findest du hier oben einmal die Option Vorschau. Darüber kannst du dir jetzt die Webseite in so einer Webseiten-Vorschau anzeigen lassen und siehst auch, ganz, ganz wichtig, über dieses Icon hier, wie das Ganze in der Smartphone-Ansicht aussehen soll. Denn Instagram ist ja eine Smartphone-App und dieser Link in der Bio wird in den allermeisten Fällen auch am Smartphone geöffnet. Und von daher solltest du da einmal schauen, ob das für diese Ansicht passt. Wenn das passt, dann hast du hier oben noch die Option Webseite veröffentlichen. Und da drüber generiert dir Canva jetzt einen solchen Link. Du hast hier jetzt die Auswahl kostenlose Domain, sagst da unten einmal Weiter. Hier kannst du jetzt eine Domain wählen, zum Beispiel feliciatest.my.canva.zeit. Dann sage ich hier unten Weiter und jetzt generiert Canva diese Webseite für mich. Die kann ich jetzt hier unten einmal noch veröffentlichen. Und jetzt musst du nur noch diesen Link hier einmal kopieren. Dann öffnest du deinen Instagram-Account. Ganz wichtig ist, dass du hier eingeloggt bist. Und dann findest du hier unten die Option Profil bearbeiten. Hier findest du jetzt an der Stelle hier deine Links und kannst da jetzt einen neuen externen Link hinzufügen. Hier fügst du jetzt deine URL ein, die du gerade in Canva erstellt hast. Da drunter gibst du dem Ganzen noch einen Titel und dann hast du es schon geschafft. Und das war es auch schon. Wie ich finde, ist das eine tolle Alternative zu Tools wie Linktree. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über deinen Support. Mit einem Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und jetzt freue ich mich, dass du das Video wieder bis zum Ende geschaut hast. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wenn ich auch noch so ein paar Tipps dazu geben soll, was man am besten so für Links da reinpackt und was man noch so beachten sollte beim Linktree. Gib mir gerne eine kurze Info, wenn dich das interessiert. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.